Hey zusammen, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge. Nein, ich möchte nicht jetzt weggehen. Landwirtschaftssimulator. Nein, wir sind bei Stadio Valley. Jeden Morgen gehört es dazu, dass wir unser Feld wässern. Gestern war das Eierfest. Wir haben leider nicht die meisten Eier gefunden. Das hat Abigail. Mal schauen, wie wir uns beim nächsten fest schlagen. Jetzt kann ich mal festhalten, wenn es um Eier geht, ist Abigail die beste. Oh, kein Wasser mehr. Ja, Hiro, ich komme. So. Ah, Hiro, du bist der Beste. Ja, alles über Hiro. So. Jetzt kann ich mal gucken, ob wir gestern mit allen gesprochen haben. Ne, die beiden haben wir noch nicht. Was auch immer ist. Magni Maro, Diamanten, Blumenkohl, Paprika. Der Rhin. Okay. Mal Blumenkohl pflanzen wir. Was machen wir denn heute überhaupt? Mal zacken. Oh, die Achse ist nicht stark genug. Mal zacken. Oh, die Achse ist nicht stark genug. Der aber schließt sich ja auch sms. Ich brauche noch jede Menge Holz. Wir brauchen schließlich jede Menge Holz. Ich brauche jetzt einen Hinterstall zu bauen. Ah, Hornsamen! Dann, ta-da. So, die kleinen umgefallenen Äste hier nochmal einsammeln. Das soll ein Dickicht liegen, aber das hier war wahrscheinlich einer der kürzesten Tage. Das ist ein kurzes Ding, dort. So, den Eichel. Das ist 121 Holz, eine ganze Menge. Aber wir gehen jetzt schon schlafen, sehr früh und gehen dann am nächsten. Oh ne, da brauchen wir noch eine Kleinigkeit beim Holzhacken. Vielleicht noch ein bisschen was. Das ist langsam erschöpft. 10 8 4 Gehen wir besser schnell zurück. 5 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 6 6 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 schön alles gegossen dann wollen wir heute weiter holz hacken oh nee dann habe ich dort auch was bekommen unserem hero soll es ja gut gehen wir haben jetzt 162 und wieviel wir brauchen für einen ganzen baum 35 27 runter 13 14 schläge mal gucken ob da noch Samen wieder rauskommen und wenn ja war alles nicht so klug wir haben Kiefer von jedem zwei stück dann pflanzen wir von jedem zwei zwei dazu schon freilassen zwei da hin da hin sehr schön sehr schön gewässert ok nein mini-mobbe damit kaputt gemacht so da gehen wir auch wieder zurück steine ablegen basern ablegen dann wollen wir schauen was der nächste tag uns so bringt so gut noch wird gehen ja Sammelstufe 2 neues Überlebensburger und damit sage ich bis zum nächsten mal bis dahin gehabt euch wohl ciao ciao bis zum nächsten mal